Deswegen sind wir heute da. Wir wollen uns nicht mehr einsperren lassen. Wir wollen uns nicht mehr diskriminieren lassen. Wir sind gesunde Leute. Der, der was impfen will, darf das machen. Aber ich will mich zu nichts zwingen lassen. Zweimal durch geist auf marschieren, weil wenn wir schon die Unterstützung haben von unseren Landwirte und Bauern, dann sagen wir Danke. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.